Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mark of the Ninja, nächste Mission. Ah, so. Hier ist das Ding, das ich letzte Mission gebraucht hätte, um das Siegel zu bekommen, das ich wollte, aber das kaufe ich mal. Was? Moment, Upgrade. Ja. Smoke Bomb Upgrade. Okay, das lässt die Leute umkippen, die da drin sind. Nehmen wir. Was brauche ich noch? Das brauche ich auch dringend, aus dem Heiling Spot Leute umnieten. Und fertig. Ja. Ich nehme den normalen an. Oh, was ist das denn? Silence. Running makes no noise. Two Distraction Items. Ich habe ja nur zwei. Ne, ist schon okay. Ich habe ja nur zwei. Oh, wie ist das? Das ist okay. Oh, so laut! This is your final mission. Stay sharp. This is the one they'll remember you by. Tada! Move fast. Those flashes of lightning could give the guards a chance to spot you. Hmm. Hier ist nichts So laut Was sind eigentlich die Sonderziele? Stealth kill all the guards in the catacombs Sneak into a castle without being detected Glow a guard into a stealth kill using a dead body Alles machbar Your new mark has heightened your senses Concentrate and you can sense everything around you Even through the walls Okay The enemy 2 Be careful Pulling the wrong lever could cost you your life Look at this It's new gear for Karajan's troops They can't even fight without these toys to protect them How are we going to get through there? Come on Come on Na? Jetzt mal gucken, ob meine neue Fähigkeit auch funktioniert. Oh. Ja. Perfekt. Sehr gut. Uh. Da gibt es sogar noch einen Weg. Nice. Nice. Okay. Tschüss. Wollen wir doch mal gucken, ob ich das andere Ziel hier eben erfüllen kann. Lege den da hin. Und guck mal, ob sein Kumpel ihn entdeckt. Ja. Hoppala. All clear. Let's get out of here. I see him there. Oh, der ist noch nicht fertig. Der ist schon voll. Der ist noch nicht fertig. Diese blöden Blitze, mal ganz ehrlich. Ah! So. Hä? Wo muss ich denn hin? Ich muss doch hier durch, dachte ich. Habe ich da irgendwelche Oberflächen nicht gesehen, die kletterbar waren? Ah, ja. Azai referes to you as the champion. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The severed. Mist, da oben ist ne Schriftrolle. Ich seh's, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Wahrscheinlich von oben. Ich komme hier ja nirgends oben drauf. Ah, muss ich glaube ich... werde wahrscheinlich umdrehen können. Ha, 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 ha. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Those lasers are blocking the way. But look how crudely they're wired up. Maybe we can cut off their power. Ich, ich weiß nicht. Oh, na. Ich nehme ich auf. Na, noch ein Stückchen. Ah, schade. Nah genug kommt er nicht dran. Im Job schlafen, ich glaube, es hackt. Hoppala. Oh. Okay, das war knapp. Äh. Ich habe noch keine Schriftrolle gefunden. Also ich weiß, wo eine ist, aber... Wow, da war ja Licht. Alter. Mist. Lief so gut bis jetzt. Ach, da kann man sich verstecken. So. Das ist ein bisschen komisch. Erst kommt der Donner und dann kommt der Blitz. Das wirkt merkwürdig. Aber was will man machen? Ja, das ist die Erste. Moment, ich habe die beiden nach unten vergessen. Na? Die Steuerung ist ein bisschen fiddlig. Wer schrie denn da, hey? Alter. Oh. Mann, 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 Mann. Was ist hier unten eigentlich? Ist hier noch irgendwas? Achso, ja, hier muss ich vermutlich hin, nachdem ich die Schriftrolle eingesammelt habe. Oder hierhin. Kluger, kluger Hobby. Gucken wir auf die Karte. Das ist ein Gebäude, da kann ich drüber. Hier unten sind auch Dinge. Gucken wir doch mal, was hier unten ist. Hier leuchtet irgendwas. Das ist mir die Frage, ist, wie die ganzen Leute an die Schriftrollen meines Clans kommen. Oh, Schriftrolle. Ähm... Das ist die zweite gewesen. Hervorragend, keine ausgelassen bis jetzt. Und ich muss sagen, dieses Spiel ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Unter anderem, weil ich die Mobilität liebe, die man hat. Punkte ausgeben... Mag ich gerade nicht. Na doch. Ja, ich bin so gut wie tot. Das wissen nämlich viele gar nicht. Ich habe so magische Tattoos, die mir diese ganzen besonderen Fähigkeiten geben, um den Clan zu verteidigen. Und wenn ich damit fertig bin, bringen die mich einfach um. So wie ich den hier gerade. Hier ist nix. Na, da unten steht ein Typ. Dann habe ich verschwinden lassen. Mist. Das war nicht so klug. Äh, den einfach den anderen davor die Füße zu werfen. Ah, toll. Die können mich hier sehen. Manchmal die Lampe da kaputt fürs Erste. Dieser verkackte, verkackte Gewitter, das ist unglaublich. Boah. Wenn ich natürlich die beiden hier zuerst töte, dann kann ich da runterschmeißen, was ich will. Die sehen mich ja nämlich überhaupt nicht. Und jetzt kümmer, kümmer ich mich um den Ficker da oben. Würde ich gerne. Würde ich gerne. Kann ich aber nicht. Ah. Toll. Es lief so gut. Ich zeig mich da oben. Interessant. Ich spiel den Fisk. Das war nicht so gut. Ich spiel das schon gut. Aber ich spiel bin. Oh, denn ich würde es unter anderem. Ich spiel mich da oben. Ist da oben ein Hund? Ich spiel mich zuerst. In diesem Punkt ist all das Verstehung. Aber ich spiel mich da oben. Es ist so gut. Und da oben 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 ist es aufgeregt. Das liegt doch gut. Ah. Falsche Taste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier der Weg nach oben ist, wenn man sich oben nicht dran vorbeikämpfen möchte. Aber es ist doch viel schöner, wenn man auch jeden Weg erkundet, den so ein Spiel zu bieten hat. Ich bin im Schlaf. Ah, Crap. Das hoffe ich auch. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, wie ich diesen Hund loswerde. Nicht von hier. Ah, das kann ich gar nicht aufmachen. Kein Problem. Ich meine, es muss hier ja noch einen anderen Weg geben. Und einen Typen, der da oben steht, natürlich. Ich dachte, das sei... Ein... Wie sagt man? Eine Lampe. Ich nahm an, es sei eine Lampe. So werde ich den Hund los. Oder auch nicht. Mist. Genau. Pennerhund. Was ist mit dem Typen denn? Er hat schon ein bisschen grimmig geguckt gerade. Ich finde es ja immer schöner, wenn die Leute fröhlich sterben, aber... Ich glaube, das ist eins von diesen hypergewalttätigen Computerrollenspielen. Wups. Ein Typ. Wenn er ein bisschen näher an die Tür käme, könnte ich ihn von hier aus kaputt machen. Natürlich geht es hier runter in die Katakomben. Aber das ist okay. Ich möchte wissen, was da hinten ist. Ein Weg nach da oben. Da oben ist zumindest noch eine Stator. Wie sieht es punktemäßig aus? Ach. Fast den finalen Punktestand erreicht. Stealth kill all the guards in the Katakombs. Ja, machen wir. Du bist der erste. Oh, sogar ein Fehler. Nice. Kommen wir da drüben dann wieder hoch? Nein, wie komme ich denn da drüben hin? So, komme ich da drüben hin. Ah, und da ist natürlich dann auch die letzte Schriftrolle. Was muss ich hier tun? Oh, das geht. Ich Holz. Okay. Jeße an. Sieht gut aus. Ach, das ist schon kaputt. Ähm. Nein! Warum? Ah. So. So. Hätten wir das auch erledigt. Das war nur eine Ratte, du Penner. So. 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 hier unten ausgemacht. Vermutlich muss ich eins dieser Räder bedienen. Prüfen wir das nochmal. Muss auf jeden Fall hier rüber. Weil hier so ein Dings rein werfen lohnt, bringt anscheinend nichts. Wow, da habe ich nicht mit gerechnet. So, jetzt hoffen, dass ich keine Romme mehr brauche. Wie ist der nicht tot? Waren da drei Stück drin? Achso. Waren muss ich hier denn drehen, bitte? Hä? Hä? Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Ah, die falsche Richtung gedreht. Dann geht's ab nach unten. Ja, ich habe diesmal jeden bekommen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich sehr, also, bis auf die Hunde. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!